Es gibt ein ewiges Widerspruchsrecht bei den Lebenssicherungen. Man bekommt sein Geld zurück und noch Zinsen dazu. Wollen Sie mehr darüber wissen? Schauen Sie sich den Film an. Hallo, ich bin einiger Anwalt und Verbraucheranwalt Jochen Resch. Thema Widerspruch bei Lebenssicherungen. Spannendes Thema geht bei den Lebenssicherungen, die zwischen 1994 und 2011 abgeschlossen worden sind. Und auch nicht bei allen, da kommt es auf die Fehlerhaftigkeit der Widerspruchsbelehrung an. Wenn ein Widerspruch möglich ist, und das ist heute immer noch möglich, selbst wenn also bereits die Versicherung aufgelöst, gekündigt und das Geld zurückgeflossen ist, es gibt also ein ewiges Widerspruchsrecht, dann bekommt man sein gesamtes eingezahltes Geld plus Zinsen zurück. Also viel mehr, als man im Falle einer Kündigung erhalten hat oder erhalten hätte. Interessant. Man sollte es also unbedingt prüfen lassen. Wir bieten das an. Wir müssen eine Reihe von Unterlagen dazu haben, was das Genaues finden Sie in dem Beitrag. Lesen Sie bitte durch. Wir brauchen eine kostenlose Einschätzung. Wir sagen Ihnen, ob es überhaupt Sinn macht. Es muss immer einen wirtschaftlichen Sinn machen. Sie müssen also mehr rausbekommen im Falle des Widerspruchs, als wenn Sie es laufen lassen, beziehungsweise wenn Sie kündigen. Und natürlich müssen Sie auch wissen, welche Kosten Ihnen entstehen. Das ist dann die individuelle Prüfung. Die bieten wir Ihnen kostenlos an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017